Hallo zusammen, heute machen wir Big Kahuna Mini Burger. Und weil die so lecker sind, müsst ihr unbedingt dranbleiben. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Für unser heutiges Video nutzen wir das 6er Set Wagyu Mini Burger von Gourmetfleisch.de. Wenn ihr das nicht benutzen wollt, ist das natürlich genauso in Ordnung. Man kann einfach Hack nehmen und Brötchen selber backen. Wenn so Hamburger Patties tiefgekühlt aus so einem Vakuum kommen, dann drücke ich die gerne nochmal ein bisschen platt. Dann werden die einen Ticken größer und etwas fluffiger am Ende auf dem Grill. Zwei Stück davon nehmen wir und marinieren diese in Teriyaki Soße. Also ich habe die Patties erst auftauen lassen, ganz normal im Kühlschrank. Jetzt platt gedrückt und dann in eine Schüssel gegeben und lasse die im Kühlschrank etwa 4 Stunden in Teriyaki Soße ziehen. In der Zwischenzeit haben wir genug Zeit, unsere Big Kahuna Soße zu machen. Da gibt es natürlich ein Originalrezept von Pulp Fiction. Das hier ist so ein bisschen Marke Eigenbau. Wir benötigen Ketchup, Mayo, Dijon, Senf und geben dann hinzu einen Schuss Teriyaki Soße, Sojasoße und Worcestersauce. Worcestersauce ruhig einen ordentlichen Schluck. Braunen Zucker, zwei Esslöffel und dann einen Schuss Ananassaft aus der Dose. Wir haben hier so Ananasringe, die wir gleich mit auf den Grill schmeißen. Da habe ich einfach so einen Schuss von der Soße mit reingehauen. Man sieht, das ist jetzt noch nicht so 100% richtig schön von der Konsistenz her. Wir würzen das Ganze noch mit Chili, mit Salz und mit Pfeffer. Und dann füllen wir das gleich in meine kleine gusseiserne Pfanne ein und lassen das einmal auf dem Grill nebendran aufkochen. Dann gehen diese kleinen Pünktchen weg von Senf und von der Mayonnaise und die Soße bekommt nochmal einen etwas anderen Charakter. Zusätzlich löst sich der Zucker auch korrekt auf. Das müsste man vielleicht auch noch hinzusagen. Der Anzündkamin ist fertig vorbereitet und wir verteilen den auf zwei Kohlekörbe. Haben jetzt einen Kohlekorb nach rechts und einen nach links gestellt. Macht aber nicht so den Rieseneffekt. Man könnte jetzt auch beide auf eine Seite stellen. So groß sind halt die Burger-Patties nicht. Deshalb ist das nicht so das Riesenproblem. Das Grillrost lassen wir natürlich noch aufheizen und einmal kurz säubern. Und dann nehmen wir die Wagyu-Patties direkt aus der Teriyaki-Soße und grillen diese an. Hier, zack mal, ein kleiner Fail von mir. Wollte ich auch mal zeigen. Geht nicht immer alles gut, wenn ich Videos drehe. Eine Ananas direkt mal versiebt. Zack, fast die zweite hinterher. Ja, die Wagyu-Patties brauchen jetzt nicht lange. Ich lasse die vielleicht maximal zwei Minuten von jeder Seite kurz bei direkter hoher Hitze angrillen. Habt in der Zwischenzeit auch schon so eine Ananas gegrillt und einmal auch gedreht. Dann platzieren wir die Ananas auf dem Patty. Geben ein bisschen Käse oben drüber und schieben das Ganze in die Mitte vom Grill, sprich in den indirekten Bereich. Dann kann der Käse schön schmelzen. Und wichtig ist, wir haben die Wagyu-Patties nicht ein zweites Mal getötet. Jetzt das zweite Burger-Pattie. Genau das gleiche Spiel. In dem Fall ein bisschen geschickter mit der Ananas. Und auch hier wieder zwei Minuten maximal, dass wir ein bisschen Farbe bekommen. Aber was auf gar keinen Fall sein sollte, ist, dass diese halt zu schnell zu trocken werden. Eigentlich sind diese Kombinationen mit Ananas und so einer etwas süßlicheren Soße auf Ketchup-Basis genau mein Ding. Also ich stehe total drauf. Ananas löst im Amerikanischen ja immer direkt einen Kleinkrieg aus. Gehört das auf Pizza? Gehört das auf Burger? Also für mich ist erlaubt, was gefällt. Und ja, ich esse gerne Ananas auf Burger und auch gerne Ananas auf Pizza. Für alle die, die dieses Gericht gleich nachmachen wollen, unten in der Videobeschreibung gibt es eine Liste mit den Zutaten. So, auch jetzt hier wieder genau das gleiche. Wir haben die Ananas auf das Wagyu-Pattie gesetzt, den Käse oben drüber, schieben das Ganze in die Mitte, setzen jetzt nur noch eben schnell die gusseiserne Pfanne auf mit der Soße und lassen das Ganze einmal aufköcheln. Hin und wieder rühren, damit es nicht ansetzt. Und dann, wie gesagt, einmal aufköcheln lassen. Warm schmeckt diese Soße eigentlich auf dem Burger auch nochmal einen Ticken besser. Fehlt nur noch eine letzte Zutat, die auf dem Grill zubereitet wird, und zwar Bacon. Everything tastes better with Bacon oder was mit Speck nicht schmeckt, schmeckt ja nicht, wa? Ja, ich denke, ihr habt alle gesehen und wisst, wie man Bacon grillt. Den lassen wir jetzt kross braten. Ich habe die Brötchen kurz angeröstet, gebe dann einen halben Esslöffel von dieser richtig, richtig schönen, leckeren, süßen Soße hinzu. Etwas Eisbergsalat. Eine Scheibe Tomate, die übrigens perfekt auf so einen Mini-Burger passt, wie ich finde. Und dann unser Patty Wagyu mit Ananas und Käse. Noch einen Löffel Soße obendrüber. Ein bisschen Bacon, wie besprochen. Ja, ein echter Traum. Das nenne ich doch mal für einen Mini-Burger einen ganz schönen Kaventsmann. So, das Ganze natürlich bauen wir auch gerne nochmal zusammen, nochmal zum Mitschreiben. Getoastetes Brötchen oder angeröstetes Brötchen. Soße, Eisberg, Tomate. Patty mit Ananas und Käse. Bacon und Soße. Und fertig sind zwei unglaublich leckere Big Kahuna Mini-Burger. Ja, ich bin gespannt. Habt ihr den überhaupt schon mal nachgemacht? Kennt ihr den überhaupt? Wer kennt ihn nicht? Ihr darf es trotzdem in die Kommentare schreiben. Ich werde auch keinen Daumen nach unten geben dafür. Nein, Spaß beiseite. Ich werde ihn natürlich jetzt probieren. Ich stehe halt voll drauf. Muss man gar nicht viel sagen. Richtig, richtig lecker. Und im Übrigen super saftig. Ich habe mich fast eingesaut. Teilen, liken, kommentieren. Gerne gesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus. Ich bin raus. Ich bin raus.